Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und irgendwie ist das für mich die Season der Barbaren, weil ich habe euch schon den Fury Barb vorgestellt, den Aufführen Barb vorgestellt, einmal ein Outrounder und einmal ein Bosskiller und heute haben wir den Wirbelwind Barbaren, den ich seit Pre-Season nicht mehr gespielt habe und ich bin so froh, dass ich den jetzt endlich mal wieder spielen kann und euch auch vorstellen kann, weil gerade in Season 2, ich weiß nicht wie er in Season 1 war, ich glaube mit dem Barbarenherz, war sowieso alles spielbar, deswegen wahrscheinlich auch der Wirbelwind Barbaren, aber gerade jetzt in Season 2 macht mir der Wirbelwind Barbaren wieder richtig Spaß und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in ein Nightmare Dungeon rein, bevor die Leute in den Kommentaren wieder ausrasten, ich habe heute im Stream 95er Dungeons mit ihm gemacht, ich habe aber gerade keine 90 plus Dungeons mehr parat, deswegen leider nur ein 80er, wenn ich es finde. Es ist sogar ein 90er gewesen, einmal blutgetränkter Fels und was ihr bestimmt direkt unten in der Leiste seht, ist, dass ich keine Basisattacke ausgerüstet habe, sondern lediglich der Wirbelwind und drei Rufe, die man sowieso immer spielt, die Ult plus Ironskin, die ich mittlerweile auch richtig gut finde. Und was ihr eigentlich macht ist, die ganze Zeit im Wirbelwind durch das Dungeon laufen und sonst nix, ihr habt die ganze Zeit volle Ressourcen, ich werde gleich mal ein bisschen mehr auf den Bild natürlich eingehen, wo es drauf ankommt, welche Aspekte wichtig sind und welche Unix ich drin habe. Wie immer ist der Bild natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch den selber anschauen wollt auf D4 Builds, ich habe den dort gebaut und dann könnt ihr den da komplett nachbauen mit Paragon Board, mit allen Items, was ihr wie spielen müsst. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die noch wichtig sind, da werde ich gleich drauf eingehen, aber wir wollen jetzt hier einmal den Nightmare Dungeon durchgehen, Level 90er. Und ihr seht schon, man geht einfach nur mit Wirbelwind die ganze Zeit durch. Den wir mal freilassen, ist leider ein relativ langes Nightmare Dungeon, ich weiß noch nicht, ob ich alles im Video drin lasse für euch. Ist natürlich schöner, wenn ihr alles sehen könnt, aber vielleicht spule ich gleich mal ganz kurz ein bisschen was weiter nach vorne. So, Endboss, den gucken wir uns natürlich auch noch an. Ich kann direkt davor sagen, Leute, es ist natürlich kein One-Hit-Bild wie ein Hammer-der-Uran-Bild. Also, ihr müsst hier auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ihr macht natürlich viel Schaden über Zeit und kleine Damage zahlen. Das dauert dann schon mal ein bisschen, aber ihr seid dafür so gut wie unbesiegbar. Und das ist ja gerade das, was auch wichtig ist für den Schlachthof. Ich mache in letzter Zeit viel, wo ich mir überlege, ey, wie könnte man das vielleicht im Schlachthof spielen? Und hier tatsächlich auch wieder. Ähm, Sturmfluchzorn ist übrigens auch der beschissenste Malus, den man sich vorstellen kann. Der Boss hängt in diesem scheiß Stein drin und ich kann ihn nicht weiter angreifen und muss jedes Mal wieder ausweichen. Also, naja, aber ich kriege es hin, ist kein Problem. Gegner ist Level 144, ist gar kein Problem. Man muss noch ein bisschen Geduld haben, auch mit diesem scheiß Stein da. Und falls ihr euch wundert, wieso hat der Loon nur noch drei Wiederbelebungen? In meinem Cut bin ich einmal gestorben. Einmal nicht aufgepasst, aber gut. So, ich glaube mit der wichtigste Aspekt ist dieser hier. Der hat mich richtig Nerven gekostet und den habe ich immer noch nicht auf Max. Ich bin Level 100. Ich habe jedes legendäre Item hier angeguckt und ich habe diesen Aspekt, glaube ich, insgesamt zweimal gefunden. Einmal in dieser Form. Wenn ihr den findet, behaltet den. Das ist der wichtigste Aspekt. Der macht, dass ihr immer krittet. Und der muss auch ganz dringend auf eine Zweihandwaffe. Dann auf die Schuhe könnt ihr machen, dass Wirbelwind anzieht. Oder ihr macht das, wenn ihr unsterblich seid oder unstoppable seid, schneller seid. T-Bowes Wille ganz wichtig, weil ihr dann 40% mehr Schaden macht, wenn ihr unaufhaltsam seid. Gorr ist sowieso gesetzt beim Wirbelwind. Dann eine Brustplatte, wo ihr noch mehr Rüstung bekommt. Das ist auch wichtig für den Schlachthof. Und ich habe hier Harlekens drin. Also wenn ihr Harlekens habt, dann nehmt die. Gebt euch vier Level und Schadensreduktionen und alles mögliche. Das ist super gut. Ihr könnt aber auch eine normale Maske nehmen mit Max-Life, Abklingzeit und dann einfach einen defensiven Aspekt drauf. Wie gesagt, unten im Bild werde ich euch das natürlich so machen, dass ihr keinen Uber-Unix braucht. Dann auf dem Amulett auch extrem wichtig. Dieser Aspekt, dass ihr bei einem Glückstreffer die Berserker-Modus-Dauer verlängert wird. Das da am besten auch einen maximalen, weil damit habt ihr eigentlich grundsätzlich bei Bossen immer komplett Berserker-Modus. Auf dem Ring ist einmal Ruffertigkeiten, verkürzen die Rufe. Da ist auch ganz wichtig, da gab es eine Änderung. Ich weiß nicht wann. Ich habe lange den Barbaren nicht mehr gespielt. Früher war es so. Berichte ich mich gerne unten in den Kommentaren. Ich meine aber, es war früher so, dass man diese sechs Sekunden, ich gehe mal aus dem Bild, diese sechs Sekunden Reduzierung bekommen hat, wenn man einen Ruf gezündet hat. Und die anderen beiden Rufe, die gerade nicht aktiv waren, sondern in der Abklingzeit, wurden reduziert. Jetzt ist es aber so, dass nur der Ruf reduziert wird, den man zündet. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wann das geändert wurde und weshalb. Und hier einmal der Aspekt, dass ihr noch mehr Wut bekommt, wenn die Ruffertigkeiten aktiv sind. Hier habe ich den Großvater drauf. Hier könnt ihr aber auch ein ganz normales andere Zweihandschwert nehmen mit Crit-Schaden und Verwundbarkeitsschaden und Schaden während Berserker-Modus. Dann nochmal ein kleines Schwert und hier habe ich nochmal den Doomy, aber da könnt ihr einfach nochmal das gleiche Schwert nochmal nehmen. Wie gesagt, unten im Bild wird der natürlich angezeigt ohne diese Uber-Unix. Aber wie ihr schon wisst, wenn ich die Uber-Unix schon mal habe, dann will ich die natürlich auch spielen. Viel mehr habe ich zum Bild tatsächlich gar nicht zu sagen. Also ich liebe es, dass ich durchgehend einfach mit dem Wirbelwind durch die Gegend laufen kann. Das macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass ich Ressourcenprobleme bekommen könnte, aber gar nicht. Wie ihr seht, ich habe unten nichtmals eine Basis-Attacke drin, weil man es einfach nicht braucht. Ihr habt mit den Rufen einfach ständig komplett die Ressourcen immer voll. Und wenn die Ressourcen dann doch mal zur Neige gehen, könntet ihr mit Metamorphose und T-Bowl's Wille euch wieder Ressourcen holen. Ich habe aber die Season-Questlein noch nicht gespielt. Also hier Metamorphose solltet ihr natürlich auf jeden Fall mit reinnehmen. Gebt euch zusammen mit T-Bowl's Wille natürlich nochmal Ressourcen. Wäre ein kleiner Backup auf jeden Fall sehr gut, falls ihr dann doch mal Ressourcenmangel bekommen solltet. Auch gut, um die Gegner immer wieder verwundbar zu machen. Deswegen, wenn ihr in der Season spielt und das Video gerade in Season 2 schaut, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Metamorphose holen und die Gegner damit immer schön verwundbar machen. Das war es auch schon zum Bild. Ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen soll. Der Barbar und vor allen Dingen auch der Wirbelwind-Barbar ist relativ simpel. Schreibt mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren. Ich will den auf jeden Fall für Lord Sia spielen. Da gibt es ja diesen Knackpunkt mit den 13.500 Rüstungen, die ich erreichen sollte, wenn ich hier die 60% drin habe mit meinen 8.200 Rüstungen, die ich sowieso schon habe. Dann komme ich ungefähr bei 13.000 Rüstungen raus. Das ist so dieser Break-Even-Point für den Schlachthof. Ansonsten könnte man natürlich auch Melted Heart spielen. Das heißt für die Uber-Unique-Leute unter euch, die Melted Heart haben. Es gibt auch ein Bild mit Melted Heart. Habe ich heute auch im Stream ausprobiert. Damit kriegt ihr halt gar keinen Schaden. Müsstet aber noch ein bisschen mehr auf Ressourcen achten. Da müsste man dann vielleicht noch ein bisschen adjusten mit den Ressourcen. Aber ansonsten Melted Heart für den Schlachthof. Aber wir finden ja nochmal eine richtig gute Lösung. Ich habe auch überlegt, dass ich vor dem Schlachthof-Event nochmal die 1, 2, 3 besten Builds vorstelle, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Um da euch nochmal abzuholen, was wir da auf jeden Fall spielen können. Ansonsten sehen wir uns natürlich sowieso im Schlachthof zusammen. Und können dann schauen, was da am besten ist. Ich sehe auch gerade in dem Bild, den ich hier spiele, habe ich noch zwei Diamanten drin. Da sollte man auf jeden Fall was anderes reinpacken, weil meine Widerstände noch nicht perfekt sind. Am besten einmal Schatten rein und einmal Gift. Kälte ist nicht so ein Ding. Feuer habt ihr durchs Power on Board. Also spielt dem Bild auf jeden Fall gerne nach. Es gibt auch noch andere Builds, die ein bisschen mehr auf Bluten gehen. Ein bisschen was mehr auf Damage over Time gehen. Kann man auch machen. Man kann sogar den X-File Ring spielen. Tatsächlich, wenn ihr euch selber überlegt, den Bild vielleicht ein bisschen umzugestalten. Man kann hier sogar auch den rostigen Ring spielen. Tobt euch da aus. Viel Spaß in dem Bild. Ich würde mich selber voll auf den Kanal freuen. Sehe über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.